Geschafft! Konzentration, Jungs! Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat ein Anreicher rauf! Lass die Taube in Ruhe, Pritchard! Sie ist unsere einzige Verbindung zum Habquartier! Und du, Edward? Ein Drink, damit ihr die Hände nicht mehr zittert? Nein, ich trinke nicht! Spacht euch die Grundsprüche bis zu unserer Ankunft in Combré, oder? Du, Panzer! Der kommt nirgends! Dieser Landkreuzer schießt unsere Jungs! Edward, bring uns hin! Schützen! Mit den Schwachstellennamen! Das Geschütz hält uns auf! Erledigt es! Was für Pänker machst du? Wir müssen weiter kämpfen! Zerstören das Geschütz! Aber wo willst du denn hin? Bring uns zurück in den Kampf! Jetzt haben wir eine Delle! Unsere Jungs brauchen uns! Dreh um! Die Bösen lassen Feuer regnen! Körfe runter! Kein Schuh! Sie bewegt sich nicht! Finch! Geh raus und ziehe das an! Pass auf deinen Arsch auf, Benchie! Edwards! Du gehst ihm zur Hand! Ja, Edwards! Alles gut! Ja, Mann! Sicher? Finch! Finch! Bring uns hier weg! Fisch ist tot! Fisch ist tot! Bleib dich zusammen, Junge! Bring uns los! Der war doch deinen Sitzfeuer! Er muss! Repariert die und komm wieder rein! Schleller, Fahrer! Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchie tot. McManish, reiß dich zusammen. Bring uns zu dem Dorf, Fahrer. Dort sitzt die Artillerie. Feldgeschütz platt machen, aber schnell! Wir erleiden Schaden. Achtung, Jungs! Achtung, etwas! Meine Ohren klingen! Erwischt! Weiter! Da ist er festgeschützt! Jemand hat es auf uns abgesiegt! Anze, Abwehrgranaten! Move! Fasten! Sie ist repariert! Gute Arbeit! Steh hier unter Beschuss! Die Schützplatten sind ausgeschaltet. Gut gemacht! Wo kam der Schuss denn her? Beeilt euch mit dem Feldgeschütz! Die Schützplatten ist erledigt! Los! Es ist noch irgendwas! Achtung, Granate! Sehr gut, Jungs! Weiter! 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 Das macht zwei. Dranbleiben, Jungs! Das macht zwei! Dranbleiben, Jungs! Das war das Letzte! Das Dorf gehört uns! Das Geschütz hält uns auf! Erledigt es! Zerstör das Geschütz aber schnell! Gerunter Schuss! Der Schuss! Jetzt los, los! Vorwärts, die Jungs zählen darauf, dass wir vorrücken! Feldgeschöpft, glatt machen, aber schnell! Heißt ihn immer ein, Jungs! Wir übernehmen diese Stellung! Nicht gut! Nicht nachlassen, Jungs! Bald gehört diese Stellung uns! Wir übernehmen diese Stellung! Wir übernehmen diese Stellung! Wir übernehmen diese Stellung! Artillerie voraus! Jetzt erledigen wir sie alle! Erledigt die Feldgeschützversatzung! Ziel ausgeschaltet! Den habe ich gespürt! Geräumt! Auf ihn nicht! Er ist gerastet! Beleidt euch mit dem Feldgeschütz! Deutscher Panzer! Er kommt auf uns zu! Feldgeschütz, da drüben! Da ist ein Feldgeschütz! Ja! Das wird sie ruhig stellen! Das wird sie ruhig stellen! Ja! Enemy-Spaar! Enemy-Spaar! Oh! 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 Achtet auf das Gefütz! Das war knapp! Was ist für die Dachs? Verdammter Mist! Sind wir in Ordnung? Ich bin der Dachs! Verdammter Mist! Sind wir in Ordnung? Erledigt! Weiter! Infanterie! Machen wir sie fertig! Noch mehr Scheißschlamm! Schub erhöhen und durch! Geschütze erledigt! Give God's, Edmunds! Fahr aus dem Schlamm raus! Wut ... Wut stop! Let's go! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Halt die Taube! 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 Edmund! Halt die Taube! Lass die Taube frei! Das ist dein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Herr... Sir? Halt die Taube! Das ist doch nicht in die Tür. Halt die Taube! Wucht das? Halt die Taube. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020